Guten Tag meine Damen und Herren. Sie haben aus der Videothek Ihres Fernsehfachgeschäftes einen Videofilm ausgesucht. Wir hoffen, dass er Ihnen die Unterhaltung bietet, die Sie erwarten. Die von Ihnen ausgewählte Videokassette wurde sorgfältig auf Ihre Wiedergabequalität geprüft. Erlauben Sie uns denn noch einen kurzen technischen Hinweis. Sollten bei Bild- oder Tonstörungen auftreten, so prüfen Sie bitte mit einer anderen bespielten Kassette, ob der Fehler an Ihrem Gerät liegt. Sollte die Störung an der Kassette liegen, so bitten wir Sie, in der Verpackung beiliegenden roten Aufkleber auszufüllen, an der Kassettenhülle anzubringen und zurückzuleiten. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Videofilmprogramm, das Laufen durch neue Titel ergänzt wird, gefällt. Ihr Fernsehfachhändler wünscht Ihnen gute Unterhaltung. Ihr Fernsehfachhändler wünscht Ihnen gut, dass Sie hier in der Kassette liegen, wie Sie hier in der Kassette liegen, und Sie hier in der Kassette liegen. Sie hier in der Kassette liegen.